Hallo zusammen, da sind wir mal wieder zu einer neuen Runde LOL. Hallo! Und dabei sind heute als Abonnenten der Robin FF, ähm, der Deponius. Und der Highman55 als je. Ja, guck mal, wir haben sogar zwei Jees im Spiel, die einen Custom-Skin haben. Ja, ja, und wir sind die einzigen, die keinen haben. Ja, stimmt. Der Robin und Deponius am Oran. Ja, das ist doch schon mal gut, oder? Ja, wenn sie auch spielen können. Ja, gut. Aber gut. Aber das machen ja die meisten, die kaufen sich erst einen Skin, wenn sie den Champ auch können, ne? Ja, gibt aber auch sowas, wenn es so ein Bundle ist, also wenn ein Champ rauskommt mit einem tollen Skin. Also Skins sagen nichts aus? Nee, nicht unbedingt, ne? Nee. Ich meine, ich hab da auch eins. Stimmt. Ja, für Dr. Mundo. Ja, ja, das geschieht. Da hab ich auch ein geiles Thumbnail gemacht. Also? Für die Doppelfolge, wo der Peter mitgespielt hat, weißt du? Sprecher. Da hat der Peter ja Lux gespielt. Da hab ich dann Peters Kopf auf den Lux-Körper retuschiert. Mmh. Und in dem zweiten Teil davon halt meinen Kopf auf Dr. Mundo's Körper. Okay. Hm. Ja, authentisch. Weil Peter schreibt so, hast du mal Thumbs für die beiden Folgen? Ich sag, ja klar, warte eben. War lustig. Es ist bei LOL nicht schwer, immer wieder Thumbnails sich ausdenken zu lassen. Ja, es geht, weil ich denk mir die ja nicht aus. Also ich nehm ja meistens. Irgendwelche Bilder. Bilder, die es bei YouTube, bei Google gibt. Und da gibt es ja auch eine riesige Fanbase, die teilweise selber da so Fanart und so machen. Ja, das stimmt schon. Das ist aber geil, dass du nicht halt. Ich hasse es, wenn es immer dieselben Thumbnails sind. Ja, finde ich auch irgendwie blöd. Ich meine, gut, bei LOL würde es vielleicht noch am ersten einreichen. Und da finde ich es eigentlich dann noch respektabel, dass es nichts ist. Aber ich mach es halt immer so, dass ich halt die Champions in den Folgen, wenn es eine Doppelfolge ist, mache ich halt erst ein Champion meistens, was du gespielt hast oder ich oder halt andersrum dann. Dann sieht man immer direkt schon, was für ein Champ ich spiele an dem Icon. Okay. Äh, finde ich eigentlich ganz okay. Ja, ah, ah, ah. Glaube ich. Auf jeden Fall. Was schreiben die Gegner? Gehle have, Headhunter for the win. Ah, okay. So. Gehle have. Kann ich mir noch was kaufen hier? Ah, hier. Ja. Der Tagspeed kaufe ich. Das ist, da, du, ah, der Shop ist da hinten links, schau. Aber ohne, ohne, ohne Verkäufer. Da ist kein Ben da. Nee, ist da keiner drin? Nee, schau. Ja, stimmt. Weißt du, das ist noch das alte Ehrensystem, ne? Da wirfst du das Geld da rein, wenn du dir was wegnimmst. Genau. Und, und, das ist, wie, gibt es bei euch auch dieses Blumenschneiden und dann das Geld reinwerfen? Nee. So, bei manchen Wiesen ist das bei uns einfach, da kannst du dir die Blumen abschneiden, und am Ende bezahlst du es dann halt in so einer Büchse, die dort steht. Ja. Die hängt halt so an seinem Pfosten. Wir sind nur zu zweit hier. Ja, ich ist gerade... Ich hole den. Ja. Ähm. Und da musst du halt ehrlich sein und dann die Büchse reinwerfen. Pass auf, zu dir kommt der Yi jetzt. Ja, aber ich frage mich, warum die drei runtergelaufen sind. Ja. Weil das macht nichts... Weil jetzt bin ich alleine um. Pass auf, der Garen hat's gemerkt, der kommt jetzt. Jetzt bin ich alleine um, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich bin auch jetzt gleich da. Ja. Achtung. Ja, ja. Oh, oh, der Mumu hierhin. Lass den holen. Ja, das ist... Das ist ein Problem, ich glaube. Ja, komm, der stirbt jetzt noch. Ja, sehr schön. Oh, 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 oh. Shit. Ja. Oh, nice, die sind gekillt. Hast du gesehen? Ja, 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 hab ich das auch so geplant eigentlich. Ja, klar. Auf Arm kaufe ich mir aber schon Schuhe. Äh, auf Dominion. Hä, wann haben die den hingeholt? Achso, wahrscheinlich der Mumu, der dann kam, ne? Ah, kann sein. Okay. Ja, jetzt nehmen wir die rechts unten an. Ja, ist noch ein bisschen planlos, ne? Etwas, ja. Vor allem der Anfang hat mich so ein bisschen irritiert, warum drei runterlaufen. Ja, gut, ich meine, im Prinzip ist es ja fast egal, ob drei nach oben oder nach oben. Ne, naja, es läuft meistens einer, entweder nach unten die Restrennen rauf, weil oben einfach mehr Punkte zum Holen sind. Boah, ich mache da aber auch gut Schaden mit der Kuh, ne, schon. Wer? Die Catelyn. Ähm. Achso, ja, ja, aber nur am Anfang. Du skillst dir deinen Auto-Attack eigentlich. Ja, ja. Oh, jetzt sterbe ich gleich durch die Minions vielleicht mit viel Pech. Oh, damit. Hier läuft, hier ist links unten. Okay. Wenn ihr oben einnehmen könnt, das wäre fabulous. Mach ich. Ah, schön. Moment, wirkt es ja noch relativ ausgeglichen, ne? Noch. Noch, ja. Ich kann sich schnell erinnern. Vor allem, das ist Dominion. Ja. Ich habe gedacht, meine Ulti würde ein bisschen mehr Schaden machen. Irgendwie dachte ich das. Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt geht's. Ja, jetzt ist es schon. Ja, die haben aber gleich oben den, ne? Und, und links den, bei uns. Haben die? Ja. Die stehen da jetzt. Ich gehe jetzt zu dem bei uns den natürlich. Okay. Ähm, ja, fuck links oben stimmt. Und oben auch. Damn it. Ja gut, dann nehme ich rechts oben. Ich schaue, dass ich rechts raufkomme. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, jetzt sterbe ich. Ähm, Garen kommt. Garen kommt. Ah, damn it. Jetzt sind die bei mir alle unten. Äh, läuft der rauf? Äh, ja, ich bin gerade tot noch. Puh. Ja, die holen jetzt gerade bei uns den. Ja, die holen mich jetzt. Ich gehe schon mal nach unten rechts. Wenn ich jetzt vielleicht da sein sollte mal. Ja. Das ist blöd. Ja, da bin ich ja am Weg hin. Quest received. Ah, dann kriegen wir mehr Punkte da mit der einen. Ja, ja, Mumu kommt jetzt hoch. Ja, ich, hm. Die gehen halt zusammen. Das ist schon nicht dumm. Ja, und ich habe das Gefühl, die kommen jetzt gleich zu mir. Ich glaube, die machen eher links oben. Jetzt. Ah, und nee, nee, es kommt nur einer zu Ihnen. Das wird der Yi sein. Der Rest wird nach links oben laufen. Okay, unten rechts habe ich. Ich laufe links rauf. Ich verteidige links oben. Okay, äh, Dings, Wayne ist bei dir rechts unten. Verteidige. Ja, ja. Achso. Schießt doch jetzt. Oh, jetzt ist noch jemand da. Jetzt sterbe ich. Scheiße, ey. Ich wollte gerade... Ich hätte den... Der Schuss wäre noch ready gewesen jetzt. Mann, ey. Na, warte. Wir nehmen ihn oben an. Sehr gut. Okay, passt. Super. Yeah, I captured the windmill. Ähm, kannst du links runterlaufen? Ja. Weil ich glaube, die Garen braucht dich. Boah, schade. Ah. Aber he has been slain. Das ist gut. Ich bin auch tot. Ja, ja. Das sind rechts oben. Gott, zwar. Mhm. Ja, schön. Oh, hey, wieso hat der Amumu denn keinen Schaden bekommen? Und weil er Tank ist? Ja, aber der hat voll viel abbekommen von mir. Und dann hat er so, weiß ich, ein Sechstel Schaden oder noch weniger. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt passiert ist. Das ist ein Fehler in der Matrix-Mail. Oh, dein Handy? Ja. Ja, da hat sich aber nice gerettet, der Highman. Kennst du Laser-Tag? Ja. Das, was, schon mal? Nö, ich will lieber Paintball. Ja, Moment einmal, gell? Ist ja kein Vergleich. Warum ruckelt das jetzt bei mir? What is wrong? Was passiert? Weiß ich nicht. Ich habe gerade meinen Avira, der macht gerade einen Scan. Man hatte, glaube ich, gestern nur 28 Funde oder so. Mein Gott. Ja. Aber das sind, glaube ich, viele Sachen Bugs. Irgendwas mit Minecraft war. Nur urviel Minecraft. Und das sind wahrscheinlich irgendwelche Text-Shop-Packs. Und er glaubt, das ist ein Virus. Ah, der Yi geht sich heilen. Ah, fuck. Ah, Momo ist links. Bei uns drin. Ja, lol. Ich kann nicht helfen. Was, du kannst nicht helfen? Nee, ich kann eh nichts helfen. Ja, what? Wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Was ist denn jetzt? Horror. Ja, mich hat gefragt, ob ich Laser-Tag kommen will. Und deswegen hat er eine Energie-Pimbel. Aber den kenne ich nicht. Wer ist denn das? Gibt es doch nicht. Bis zum nächsten Mal.